Wir hatten den Transistor bisher als Bauteil kennengelernt, was sich an seiner Basis-Emitter-Strecke verhält wie eine Diode. Das heißt, der Basisstrom, der hier vorne in die Basis reinfließt, hängt exponentiell ab von der Basis-Emitter-Spannung. Das Ganze ließ sich beschreiben über die Schockley-Gleichung, wie bei Dioden auch. Dazu haben wir gesagt, dass der Transistor ein Stromverstärker ist. Das sollte heißen, dass der Kollektorstrom um einen konstanten Faktor, den wir B genannt hatten, größer ist als der Basisstrom. In unserem Beispiel war dieses B, zum Beispiel 100. Es kann aber auch kleiner oder größer sein. Das heißt, hier fließt ein großer Kollektorstrom, wenn wir hier einen kleinen Basisstrom fließen lassen. Bisher haben wir aber noch nichts darüber gesagt, ob eigentlich diese Stromverstärkung oder dieser Kollektorstrom hier abhängt von der Spannung, die wir hier vorne anlegen. Wir hatten zwar gesagt, es muss eine Spannung da sein, die muss auch größer sein als 0,6 Volt, damit der Transistor so halbwegs vernünftig funktioniert. Aber wir wollen jetzt mal in diesem Video und dann auch in den späteren Videos mal in die Detailbetrachtung an so einem Transistor gehen und uns mal die sogenannten Kennlinien des Transistors angucken. Jetzt ist es anders als bei bisherigen Bauteilen wie Widerständen oder Dioden so, dass dieser Transistor ja mehrere Eingänge oder beziehungsweise mehrere Anschlüsse hat. Und jetzt ist es vielleicht so, dass diese Anschlüsse alle irgendwie miteinander wechselwirken. Beispielsweise hatten wir uns hier die Eingangskennlinie angeguckt und hatten gesagt, das ist zwar eine Diodenkennlinie, aber wer sagt uns denn, dass die Spannung von Kollektor nach Emitter, also UCE, keinen Einfluss auf diese Kennlinie nimmt. Das ist zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt. Und das ist jetzt auch das Erste, was wir uns angucken wollen. Wir wollen uns die sogenannte Eingangskennlinie, heißt sie dann, des Transistors angucken. Die Eingangskennlinie ist der Basisstrom in Abhängigkeit der Basis-Emitter-Spannung. Und zusätzlich variieren wir gleich in der Simulation die Kollektor-Emitter-Spannung und gucken, wie die Einfluss auf die Kennlinie nimmt. Ich habe das an dieser Stelle bewusst nicht vorbereitet großartig, sondern will euch direkt zeigen, wie man das in Multisim simulieren kann. Das heißt, es wird jetzt ein kleiner Multisim-Kurs parallel. Also zunächst mal habe ich hier zwei Spannungsquellen angeschlossen. Das hier soll meine Basis-Emitter-Spannung sein. Deswegen nenne ich die auch direkt mal UBE. Das kann man machen mit einem Doppelklick und Beschriftung. Hier kann man jetzt sowas hinschreiben wie UBE. Das ist ja gerade unsere Basis-Emitter-Spannung. Das hier ist die Spannung UCE. Deswegen nenne ich sie auch so. Und jetzt haben wir erstmal unsere beiden Spannungsquellen benannt. Ich habe die jetzt hier auf 0,7 Volt gestellt und die hier auf 14. Da wir die Spannungswerte gleich durch variieren, ist das eigentlich erstmal völlig egal, was hier steht. Des Weiteren brauchen wir für die Simulation gleich sogenannte Tastköpfe. Die findet ihr hier in gelb auf der rechten Seite. Da ist so ein kleiner Pfeil drunter, den man aufmachen kann. Man kann hier verschiedene nehmen. Es ist an der Stelle hier sinnvoll, Momentan-Spannung und Momentan-Strom zu nehmen. Das ist etwas übersichtlicher, als wenn man direkt den gelben hier nimmt. Denn der zeigt alle möglichen anderen Werte auch noch an, die uns jetzt gar nicht interessieren. Das heißt, ich schmeiße den Tastkopf hier wieder raus. Und der oben soll mein Kollektor-Strom sein. Was jetzt vielleicht erkennbar ist, ist, dass der falsch rum sitzt. Denn der hat jetzt eine Pfeilrichtung nach draußen. Das heißt, er würde den Kollektor-Strom negativ zählen. Das wäre natürlich falsch, oder beziehungsweise irritierend zumindest. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier rein und benennen den Tastkopf. Ich nenne ihn jetzt nun mal C wie Kollektor. Und muss ihm jetzt noch sagen, dass er bitte gedreht werden soll. Und das kann man mit einem Rechtsklick machen und hier Tastkopf-Richtung umkehren. Jetzt sehen wir, der Pfeil hat sich gedreht und der Strom wird jetzt quasi richtig rumgezählt. Des Weiteren brauchen wir eine Momentan-Spannung, beziehungsweise einen Momentan-Strom an der Basis. Also setze ich hier auch noch einen hin. Der heißt jetzt wieder Tastkopf 1. Den möchte ich nicht Tastkopf 1 nennen, sondern nenne ihn hier als Referenzbezeichnung B wie Basis. Das sind die beiden Dinge, die uns interessieren. Nochmal zur Erinnerung vielleicht, oder für Leute, die da nicht so firm mit sind. Und die Spannung, die hier angezeigt wird an diesem Tastkopf, das ist die Spannung immer bezogen auf Masse. Hier unten haben wir eine Masse. Und B zeigt mir jetzt die Spannung von diesem Punkt gegen Masse an. Das ist in diesem Falle gleichermaßen UBE. Genauso zeigt mir dieser Tastkopf hier die Spannung gegen Masse an, was aber gleich UCE ist, weil die Masse halt nun mal hier unten am Emitter sitzt. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Simulation. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen zunächst mal eine Kennlinie aufzeichnen, in der wir uns IB anzeigen lassen und UBE variieren. Das kann man in Multisim machen, indem man hier auf Simulieren klickt, Analysen und DC wobbeln. Wobbeln ist deutsch, auf Englisch hieße es dann Sweep oder DC Sweep. Das heißt so viel wie durchvariieren. Also wobbeln heißt durchstimmen und heißt so viel wie, wir können jetzt gleich an der Gleichspannung von Quellen drehen. Wenn wir hier draufklicken, kommen wir in ein Menü. Und hier haben wir die Möglichkeit, eine Quelle auszuwählen. Die Quelle, die wir hier auswählen wollen, ist jetzt erstmal die UBE-Quelle. Also wir wollen die Spannung UBE variieren. Deswegen wählen wir hier VUBE aus. V für Voltage, UBE, so heißt halt die Quelle. Klicken hier drauf und sagen, in welchem Bereich die variieren soll. Da diese Quelle jetzt diejenige ist, die hinterher für die Kennlinien, also wirklich für die Linienführung, sage ich mal, verantwortlich ist, sollte man hier relativ kleine Werte nehmen. Also beziehungsweise sollte hier ziemlich kleine Schritte nehmen bei inkrementieren, damit die Linie auch hinterher schön aussieht. Und wir gucken uns mal einen Bereich an von 0 Volt bis 0,8 Volt. Und um hier schöne Linien zu kriegen, sollte man keine Steps nehmen, die größer sind als 0,1 Volt. Das sieht dann schon komisch aus. Also nehme ich hier mal 0,01 Volt. Und dann wird eben eine relativ schöne Linie zeichnen. Wenn wir das so machen, und ich mache hier mal das Häkchen bei Quelle 2 weg, wenn wir das so machen und unter Ausgabe jetzt sagen, dass wir uns gerne IB anzeigen lassen würden, das sehen wir hier, I, die Spannung des Tastkopfes B, das ist quasi unser IB Basisstrom, und klicken jetzt mal auf Simulieren, dann kriegen wir eine Diodenkennlinie angezeigt. Das ist so ungefähr das, was wir erwartet hätten. Also wir haben wieder einen weiteren Bereich, wo erstmal nicht viel passiert. Und dann schießt der Basisstrom steil nach oben. Das Ganze passiert jetzt allerdings mit einer konstanten Spannung UCE gleich 14 Volt. Und das wollen wir jetzt nicht, sondern wir wollen jetzt zusätzlich noch für jede, nein, nicht für jede, aber für bestimmte Werte von UCE jeweils separate Kennlinien zeichnen lassen. Und das können wir machen, indem wir die zweite Quelle aktivieren. Was er jetzt also macht, ist, er variiert UBE durch, setzt dabei Quelle 2 auf einen bestimmten Wert, ändert dann den Wert von Quelle 2, läuft hier wieder durch, ändert dann den Wert von Quelle 2 wieder auf den nächsten, läuft dann da wieder durch, und dann hat man so eine Art geschachtelte Simulation. Was wir jetzt also mit Quelle 2 machen wollen, ist VUCE, das ist diese Spannung hier, die wollen wir auch variieren. Und wir fangen jetzt mal bei 0 an, und gehen mal vielleicht bis, ja, nehmen wir mal 20 Volt, gehen wir mal hoch. Da jetzt jede dieser Schritte hier eine eigene Linie produziert, nehme ich jetzt nun mal eine etwas gröbere Auflösung, und ich nehme vielleicht mal 2 Volt Auflösung, das heißt, er fängt bei 0 an, nächster Wert ist 2 Volt, dann 4 Volt, 6 Volt, 8 Volt. Das soll mal reichen, sonst wird es nämlich gleich sehr unübersichtlich. Und das Ganze simuliere ich jetzt mal durch und gucke, was passiert. Und hier sehen wir jetzt was erstmal vielleicht irritierendes, oder vielleicht sieht man erstmal gar nicht viel. Wir sehen mehrere Kurven. Und zwar für jede Kollektor-Ameterspannung, die wir haben, sehen wir jetzt eine gezeichnete Kurve, wobei bis jetzt erstmal die rote ins Auge sticht. Die rote ist die, bei der VUCE 0 Volt beträgt. VUCE 0 Volt heißt, wir haben quasi die, naja, den Kollektor auf Masse gelegt. Wir haben keine Spannung zwischen Kollektor und Masse, das heißt so viel wie, wir haben Masse da angeschlossen. Das ist eine Art Kurzschluss jetzt. Diese Linie, das ist diese hier, weicht drastisch von allen anderen Linien ab, die man vielleicht kaum sehen kann. Das sind die kleinen hier unten. Ich weiß gar nicht, wie gut das im Video erkennbar ist. Ich zoome zu dem Zweck mal hier unten in diesen Bereich rein. Also hier haben wir ein ganzes Bündel von Kennlinien. Das sind die für 2 Volt, 4 Volt, 6 Volt, 8 Volt und so weiter. Und nur die rote sticht raus. Wenn man sich nochmal die Schaltung anguckt, hat das folgenden Grund. Nehmen wir mal den Fall, UCE ist 0 Volt. UCE ist 0 Volt, heißt, dieser Punkt hier liegt de facto auf Masse. Wenn ich jetzt hier eine Spannung anlege, kann sowohl über die Basis-Emitter-Strecke als auch über die Basis-Kollektor-Strecke plötzlich Strom fließen, weil das beides PN-Übergänge sind, die jetzt in Durchlassrichtung geschaltet sind. Das heißt, der Strom teilt sich quasi auf und wird größer. Also dadurch, dass er quasi über beide PN-Übergänge fließen kann, ist er deutlich größer. Und jetzt kommt ein kleiner, ja, Nebenfakt, der zwar nicht wichtig ist, aber das erklärt. Der PN-Übergang von Basis nach Kollektor, der ist quasi deutlich dünner. Also es geht da etwas schneller, dass ein Stromfluss entsteht, als bei Basis-Emitter. Dementsprechend, ja, explodiert der Strom an der Stelle relativ schnell. Ich mache das nochmal. Oder wir gucken nochmal in die Simulation rein. Ja, also dieser Strom hier steigt dann deutlich schneller an, weil eben am Kollektor quasi Masse liegt und da auch ein Strom fließt. Hinweis dazu, das haben wir in der Praxis nie. Es wird niemals so sein, oder hoffentlich niemals so sein, dass die Spannung von Kollektor nach Inmeter wirklich 0 Volt beträgt, sondern man sorgt immer dafür, dass da zumindest eine kleine positive Spannung liegt. Was wir jetzt auch sehen ist, sobald da eine positive Spannung liegt, 2 Volt, 4 Volt, 6 Volt, 8 Volt, unterscheiden sich die Kennlinien kaum noch. Die liegen jetzt hier unten. Ich blende mal die rote aus, weil die uns jetzt nicht weiter interessiert, weil das so ein seltsamer Spezialfall ist. Und zoome nochmal in die anderen hier unten rein. Das mache ich mal so. Und hier sehen wir, dass auch wieder lange, lange, lange nichts passiert. Und dann geht es exponentiell nach oben. Und je mehr man da jetzt reinzoomt, desto steiler wird es. Und was man hier erkennen kann, ist, dass alle diese Kennlinien, egal ob wir jetzt 2 Volt, 4 Volt, 6 Volt oder hinterher 20 Volt UCE haben, dass diese Kennlinien hier alle fast aufeinander liegen. Die sind sehr, sehr nah aneinander. Das heißt, obwohl wir hier im großen Bereich UCE bewegen oder variieren, ähneln sich die Kennlinien sehr stark. Das heißt umgekehrt, unsere Eingangskennlinie hängt fast nicht von UCE ab, was auch dazu führt, dass in den meisten Transistordatenblättern eigentlich dieses Kennlinienbündel oder Kennlinienfeld hier gar nicht angegeben ist, sondern immer nur eine repräsentative Kennlinie. Meistens dann so die in der Mitte. Also sagen wir mal, dieser Transistor könnte 20 Volt aushalten, dann würde hier wahrscheinlich in der Mitte so eine 10 Volt Kennlinie angegeben werden. Und dann würde es auch reichen. Aber man sieht, die sind in weiten Bereichen quasi deckungsgleich. Je mehr Strom ich fließen lasse oder je höher ich die Spannung drehe, desto mehr fächern die auseinander. Aber im Prinzip sind die alle sehr ähnlich. Das können wir also nochmal zusammenfassen. Es gibt etwas, das nennt sich Eingangskennlinie des Transistors. Das ist die Kennlinie, in der wir den Basisstrom über der Spannung der Basis-Emmeter-Strecke darstellen. Und wenn wir jetzt UCE dabei variieren, dann stellen wir fest, dass alle diese Kennlinien relativ ähnlich übereinander liegen. Also die variieren nicht groß mit UCE. Heißt, die Eingangskennlinie eines Transistors ist nahezu unabhängig von der Kollektor-Emmeter-Spannung. Und, das hatten wir auch noch gesagt, und das sieht man hier auch, die verläuft sehr ähnlich wie eine Diodenkennlinie und lässt sich damit durch die Schock-Lehr-Gleichung wie auch eine Diode beschreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.